Hallo, grüß dich Margot. Erzähl unseren Zuhörern und Zuschauern doch mal von deinen Erfahrungen mit den russischen Methoden. Sehr gerne. Also ich kann ja von meinem ersten Erlebnis erzählen und zwar, ich bin gerade schwanger und das ging rückte irgendwann auf alles Mögliche und auch auf den Ischiat und ich musste ja noch was basteln, bin auf dem Boden rumgekrochen und das ging plötzlich gar nicht mehr, ich konnte mich gar nicht mehr bewegen und ich habe das mit den üblichen Methoden versucht, also Stufenlagerung und so eine Übung und das hat nicht wirklich geholfen, also ich konnte mich nicht bewegen und dann habe ich die Übung gemacht mit der Sphäre, mit der goldenen Sphäre, die sich dreht und an diesen Schmerzpunkt reingeht und als ich nach fünf Minuten ungefähr aufgestanden bin, war der Schmerz weg und das ist wirklich für mich so, ja, eindrucksvoll gewesen, dass ich eben weitergemacht habe. Ja, okay und mittlerweile hast du ja auch das Seminar, den Workshop kennengelernt mit den russischen Methoden, die anderthalb Tage dort. Warst du bei Basis Impuls, was magst du dazu berichten? Ja, schon wahnsinnig, also es gibt sehr viele Übungen und jeder muss sich natürlich die richtige Methode für ihn aufrufen, aber so in dieser geballten Form, also viele Übungen hintereinander, hatte ich das Gefühl, dass ich mich total, ja, total leicht und irgendwie so gereinigt fühle danach, also man hat wirklich direkt gemerkt, dass diese Übungen, diese Meditationen auf jeden Fall wirken. Ich habe auch mit anderen Methoden, die Basis Impuls jetzt anbietet, arbeiten dürfen und ja, also ich bin einfach auf jeder Linie begeistert, weil das einfach funktioniert und das ist auch, also was ich für mich persönlich irgendwie sehr wichtig finde, dass man nicht jeden Tag irgendwie zehnmal üben muss, sondern man macht es einmal und es wirkt. Okay, ich danke dir und wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Arbeiten mit den russischen Methoden. Danke.